Die lettische Fußballnationalmannschaft ist die Fußballnationalmannschaft der Republik Lettland. Sie wird kontrolliert von der LFF. Lettland konnte sich bisher für keine Weltmeisterschaft qualifizieren. Als bisher größter Erfolg gilt die überraschende Teilnahme an der UEFA-Europameisterschaft 2004 unter Trainer Alexander Starkovs, wo man zwar in der Vorrunde ausschied, aber ein respektables 0 zu 0 gegen das hochfavorisierte Deutschland erreichen konnte. An den Erfolg der Teilnahme an der EM 2004 konnte Lettland seitdem nicht annähernd anknüpfen und spielt in Europa eine untergeordnete Rolle. Gilt jedoch als die stärkste Mannschaft der baltischen Staaten. Geschichte Der lettische Fußball-Dachverband heißt Latvians Footballer Federazia und wurde 1921 gegründet. Das Land nahm bei der Europameisterschaft 2004 zum ersten Mal an einer EM teil. Bei Weltmeisterschaften war Lettland noch nie vertreten. Lettland ist damit das einzige Land, das sich zwar für eine EM, aber nie für eine WM qualifizieren konnte. Das wichtigste Turnier für Lettland war bisher der Baltic Cup. Alexander Starkovs war bis 2004 und von 2007 bis 2013 Trainer der Nationalmannschaft von Lettland. In der FIFA-Weltrangliste belegt die lettische Fußball-Nationalmannschaft den 99. Platz. Teilnahme an der UEFA-Europameisterschaft. Hauptartikel Lettland nahm nach dem Austritt aus der Sowjetunion erstmals an der Qualifikation zur EM 1996 teil und konnte sich bisher einmal für eine Endrunde qualifizieren. Da der lettische Fußball in der Sowjetunion keine große Rolle spielte, kamen auch in der Fußball-Nationalmannschaft der Judi SSR keine lettischen Spieler zum Einsatz. Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft. In der Qualifikation für die WM in Brasilien trifft Lettland auf Bosnien-Herzegowina, Griechenland, Lichtenstein, Litauen und die Slowakei. Konnte sich aber nicht qualifizieren. Durch ein 0 zu 1 gegen Griechenland am drittletzten Spieltag wurde der Abstand zu den zweitplatzierten Griechen zu groß. Kader der lettischen Fußball-Nationalmannschaft 2015 Rekordspieler Vitalis Astafjev löste am 2. Februar 2000 mit seinem 64. Länderspiel den Vorkriegsrekordhalter Rick Spetersans ab, der zwischen 1929 und 1939 auf 63 Spiele kam. Astafjev ist zudem seit dem 14. November 2009 europäischer Rekordhalter als er mit seinem 158. Länderspiel den ersten Martin Reim ablöste. Weltweit haben nur fünf Spieler mehr Länderspiele bestritten, dabei hat Astafjev nie an einer WM-Endrunde teilgenommen. Stand 13. Rekordtorschützen Maris Vapakovskis ist seit dem 10. Oktober 2009 Rekordtorschütze als er beim 2 zu 5 im WM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland mit seinem 25. Tor den Vorkriegsrekord von Rick Spetersans überbot. Quellen Latvia Rekord International Players Players for Latvia Nationalteam Appearances List LFF. LV Stand 13. Siehe auch Liste der Länderspiele der lettischen Fußballnationalmannschaft Liff. 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 Liff